Bath House Creatures Da seht ihr es Bath House Creatures So ein Spiel, wo man ein eigenes Badehaus betreiben muss Für Tiere So, hier nehmen wir den Boy Let's go So, los geht's Rein da Da kommt schon der erste Kunde Oh, den ersten 75 Dollar verdient Sehr schön Kein Platz, Bruder, tut mir leid Aber ich mach schnell sauber, Wadab Ja, der hat da Algen zwischen die 10 Alles cool So, so, jetzt seht ihr alles Oh, ich muss clean Komm, den einen nehmen wir noch mit Achso, wir können ja auch die Temperatur Klauen Ah Lul Dann ist die Temperatur natürlich auch Hier, grün muss die sein Ah Damn Sonst werden die Enden ja gar nicht durchgegabt So Na, können wir uns auch nichts leisten End Day Okay, jetzt weiß ich es Ja, es wurde gesagt, dass man das machen muss Aber Next Day So, aber jetzt wissen wir es ja Deswegen, ich denke, warum geben die so wenig Sterne Obwohl das Oder alles okay ist Enden mögen immer schön heißes Wasser Jetzt ist es nice Guck mal, jetzt haben wir schon Nach zwei Enden haben wir schon das Ziel geschafft Oh, jetzt haben wir schon hier Hundis Haha, Hundibeeren Geil Ja, ich denke, ich denke, wir können Nein, das war's. Sehr schön. End Day. Dann gibt's auch irgendwie hier so Quests, die wir machen müssen. Oh, alles fünf Sterne, ne? Ich glaub, heute machen wir alle fünf Sterne. Nein. Nein, der eine, oder? Doch, der eine hat schon einen Stern verloren, weil er zu lange warten musste. Verdammt. Aber wir können noch einen. Wir können noch einen spawnen. Hier, zack. Let's go. Oh, da kommt der erste Hippo. Oh, der geht wieder raus. Warum? Komm, komm, zwei Hippos brauchen wir. Let's go. Ah, der geht wieder. Die sind dann gehen aber schnell wieder raus, ey. Sehr ungeduldig, diese Hippos. Schuss. Hmm... So, zwei Quests haben wir schon geschafft, eine bleibt, nur ein Hippo müssen wir noch machen. Vorne müssen wir noch mal nachheizen. So, alle Objekte ist klar, jetzt müssen wir mal nachheizen schnell. Jetzt geht es auch gut ab hier. Wir können keinen mehr bauen. Ach so, weil da der Ausgang ist. Ist gut. Gut. Es war nur ein Moped. Das war's, mehr gibt es nicht, Upgrades oder was? Mal schauen, wir haben jetzt alle Objekte ist voll. Mal schauen, ob wir etwas neues freigeschaltet haben. Mal schauen, ob wir das nicht mehr machen können. das war es gewesen mit BF Creatures, weil man kann ja nichts mehr upgraden geht nichts mehr tschüss ja, da könnt ihr euch kostenlos reinziehen wenn ihr noch ein bisschen weiter spielen wollt, dann könnt ihr das ja machen aber da kommt nichts mehr, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Update und dann wird vielleicht noch was Neues freigeschaltet, bis dann